Die Zwölfe zum Gruße tapferrecken. Wir haben hier wieder eine kleine Mini-Quest und zwar sind wir hier in Greifenfort, in der Stadt Greifenfort, und zwar hier ganz im Nordwesten, kurz vor der Fürstenstraße, steht dieser Bauer. Der flucht vor sich hin, während er sich Hilfesoren umsieht. Samuel! Hier eine zum Gruße! Könnt ihr mir helfen? Ein riesiger Eber wühlt mein Kürbisfelder um und zerstört meine ganze Ernte. Bitte erschlagt mir das Mistvieh, bevor er es alle Kürbisse gefressen hat. Das ist eine ganz easy Quest. Man geht einfach hier raus. Hier nach oben. Und da ist das Mistvieh schon. Ein kleiner Eber, wir buffen uns trotzdem. Ganz schön aggressiv ist er trotzdem, aber er ist winzig. Ei, ei, ei. Also vor dem muss er echt keinen Schiss haben. So schwer war das doch gar nicht. Am besten gebe ich gleich Samuel Bescheid. So ist es. Wir gehen einfach wieder runter zu Samuel. Na? Er weiß auch nicht, wo lang er soll. Vielen Dank, dass ihr den Eber erledigt habt. Eber. Noch ein paar Tage länger und es hätte nichts mehr zu ernten gegeben. Wir reinen mit dir. Der große, nochmal in Anführungszeichen, Eber wurde beseitigt und Samuels Kürbisse sind vorerst gerettet. Ja, da gibt es noch eine Folge Quest von. Dazu demnächst mehr. Bis demnächst. Euer Chojin. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.